Mein Name ist Marc Schulte-Bunert, ich bin Gebietsverkaufsleiter der Firma Sauerburger für das Gebiet NRW, Westens Niedersachsen, die Niederlande und Belgien. Wir möchten Ihnen heute kurz unser Produkt Sauerburger Albatross vorstellen. Das Besondere an der Maschine ist, dass sie für diese Hochflächenleistungen und Extremeinsätze ausgelegt ist, sehr verwindungssteif gebaut wurde und somit auch für lange Einsätze ausgelegt ist. Die Maschine hat 6,40 Meter. Wir haben eine Transportbreite von circa drei mal vier Meter, dass wir also in dem üblichen Transportmaß drin bleiben und ist hydraulisch zusammengeklappt, wird also im Heck gefahren und alles wird letztendlich aus der Gebiete heraus natürlich hydraulisch entriegelt und abgesenkt, respektive auch wieder zusammengeklappt beim Transport. Ausgestattet ist diese Maschine jetzt mit nachlaufenden Rädern. Das bedeutet, wir haben keine Stützwalz, über die sich die Maschine in der Höhe führt, sondern die nachlaufenden Räder. Die haben verschiedene Vorteile und zwar haben wir natürlich den Verschleiß auf der Stützwalzenlagerung damit nicht. Wir haben die Höhenführung eben über die Räder und sind somit im Abrollverhalten sauberer und drücken das Material nicht nochmal im Nachhinein an. Weiterhin hat die Maschine auch ein Prallblech, das heißt wir haben ein inneres Verschleißteil mit circa vier Millimeter Materialstärke, was dazu dienen soll natürlich das Gehäuse, das Außengehäuse zu schonen. Besonders ist daran, dass dieses Verschleißteil oder Prallblech circa drei Millimeter Abstand hat vom Außengehäuse, sodass also die Energie durch Steine oder Fremdkörper auftritt, durch das Innengehäuse, durch das Verprallblech aufgefangen wird und nicht durchgeschlagen wird ins Außengehäuse. Die Baureihe besteht aus drei Modellen 4,60 m, 6,40 m und 7,20 m und wird eben viel bei Lohnbetrieben eingesetzt, die diese Maschine sowohl als Dienstleistungsmaschine einsetzen, wie auch über den Mietpark an Kunden zur Verfügung stellen können. Weitere Baureihen aus unserem Hause sind dann nach oben hin noch die Pegasus Baureihe, das ist also dann eine Schmetterlingskombination bis zu einer Maximalarbeitsbreite von über neun Metern. Ansonsten bietet Sauerburger natürlich die komplette Baureihen von Front- und Heckmulchern an, sowie Heckseitenmulcher, Böschungsmulcher, Zaunmulcher, Kreiselmulcher, also letztendlich verschiedene Baureihen für verschiedene Einsatzgebiete. Gezogen wird jetzt in diesem Fall der Mulcher von einem Deutz, circa 165 PS. Im Durchschnitt benötigen wir also 180 PS. Jetzt haben wir hier bei den Silomaisstoppeln natürlich einen gängeren Kraftbedarf, als wenn wir jetzt in eine Zwischenfrucht- oder Maisstroh fahren. Von daher kommt jetzt in dieser Kombination der Schlepper damit gut zurecht. Das Eigengewicht der Maschine beträgt circa dreieinhalb Tonnen, ist sehr nah am Schlepper gebaut, sodass also auch der der WIP-Bereich sehr gering ist und somit mit einer Konterballastierung sehr gut gefahren werden kann. Die meisten Kunden haben als erste Begründung oder Argumentation des Mulchens natürlich die Bekämpfung des Maiszünslers. Dadurch, dass ich die Maisstoppel idealerweise bis zum untersten Knoten aufspleiße, wird dem Maiszünsler die Überwinterungsmöglichkeit genommen. Weitere Argumente sind aber mit Sicherheit auch die, dass aufgrund der Zerfaserung die Rotte der Maisstängel beschleunigt wird und wir damit in den Folgekulturen keine Strohreste mehr vorfinden. Ganz besonders gilt dies natürlich, wenn ich Sonderkulturen oder wie zum Beispiel Kartoffeln oder Spinat oder Gemüse anbaue, weil diese natürlich bei den Kartoffeln auf dem Verleseband später liegen oder beim Spinat letztendlich in der Kultur, die dann mit viel Aufwand und Personal aufgesammelt werden müssen. Wir befinden uns hier an einem Standort am Niederrhein im Kreis Wesel. Unser Vertriebspartner ist die Firma Greving in diesem Gebiet und hat der Firma Terhuv die Maschine vor ein paar Wochen verkauft. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir natürlich unter der bekannten Webadresse sauerburger.de zur Verfügung oder sprechen Sie unsere Vertriebspartner an oder Mitarbeiter aus dem Hause Sauerburger.